So, da will ich kurz eine kleine Pause machen. So, äh, hoch! Feuer! Naja stimmt, kann ich ja nicht. Oh, dann kann ich da was anderes reinführen. Du bist so schwer. So, äh. Die will ich gleich nochmal lesen. Äh. So, dann packe ich den da auch nochmal rein. Dann kann ich nicht runden, vielleicht noch. Also die Zweige sind auch zu viel. Okay. 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 Und der da drum ist auch fast voll. Huch. Hallo, ich wollte die Schublade haben. Nein. So, äh, einmal hier rein. Ja. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. Das. So, äh. So, weg, weg. Weg, weg. So, weg. 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 Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So, äh. Das ist so ein Materialstock. Material, Stock, Robote, äh jetzt kann ich wenigstens, huch, der Laufen, äh, was, achso, ich wollte, Oh. Jetzt, wo man sich denn, da, Aktion, aufschwingen, huch, und ein, so, äh, ich sag jetzt mal unnötiger, Scheiße, Wo ist denn jetzt der Kanister, so, aber ich kann auch, einmal, Aktion auffüllen, Dann kann ich den nämlich nach oben stellen. Kann ich den langs Wenschein? Ach so. So, platziere ich nämlich dich dahin. Ach so. Noch ein Buch hatte ich nicht, ne? Doch, den verwenden. Ähm. Ja, jetzt bricht er gleich ab. Ah, krass, ich hab so durchgegangen. Oh. Oh. Schon dunkel. Lass mich jetzt nicht sterben. Weil ich jetzt wieder einmal meine Einschleunen kann lassen. Entschuldigung. Hier unten habe ich noch zwei Tassen. Okay, unten habe ich noch zwei Tassen. So. Die packe ich auch mal rein. So, äh. Den Rest nehme ich erstmal mit. Oh. So. 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 WTF? Ich will nämlich... Weg. Weg. Wieso kann das Geld alleine nicht genommen werden? Umlagern? 5 Kilo! Willst du mich verarschen? 5 Kilo! 5 Kilo! 6 Kilo! 5 Kilo! 3 Kilo! 5 Kilo! Zeit! 6 Kilo! Wo bin ich denn da nun rein? 5 Kilo sein, ey. Willst du mich verarschen? 7 Kilo sein, ey. So, dann geh ich erstmal ein paar Fischis da an. So, dann geh ich erstmal ein paar Fischis, dann geh ich erstmal ein paar Fischis, dann geh ich erstmal ein paar Fischis. So, dann geh ich erstmal ein paar Fischis, dann geh ich erstmal ein paar Fischis, dann geh ich erstmal ein paar Fischis. Schade, dass ich dann, wie gesagt, nicht Wasser einfach nehmen kann. Das fand ich ein bisschen scheiße, dass ich da kein Wasser nehmen kann. Aber aus, ich sag jetzt mal, Toilettenschüsseln, Wasserabsaugen, das geht, ne? Aber, ne Gott, nicht sein. Ich hab kein Zimmer. Oh, no. So, dann geh ich noch ein paar Fischis, dann geh ich wieder an. Oh, no. Oh, okay. Oh, ich kann eigentlich auch. Oh. 35 Minuten. Erst ablegen. Auf und ablegen. Okay. Oh. So, äh. Oh. 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 einsetzen. Das ist weniger, kann man sagen. 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 Das ist weniger, hat man sagen. Das ist weniger, kann man sagen. So, packt er mit. Brauch ich nicht. 51 Minuten. So, nehm ich, schmeiß ich die recycelten Dosen wieder weg. Weil die sind ja unbrauchbar oder überflüssig, wie gesagt. Die Steine brauche ich auch nicht. Weil ich ja keine Steinschweine habe. Also, heute gibt es eine Kochbrat. Und ich muss warten, weil... Ich hätte mir teilweise mehr Staurum, sag ich mal, gewünscht. So, du bist... Du kannst drüber. Das Seil hat ja extrem viel. So, wenn ich jetzt da hingehe, zeig ich dir das Seil an. Genau. Wow. So, ich kann mit dem Seil aber... ...nix anfangen, ne? Ne. Das ist doofe. Dass ich mit dem... ...seil nix anfangen kann. Oh, ne Lupe. Äh... Ablegen. Wo will ich dich jetzt eigentlich... Lass ich dich nämlich mal so legen. Weil ich hab da nämlich keinen Bock. Zu viel Scheiß drauf zu haben. Weil wenn ich jetzt wüsste, okay, ich brauch da und da ein Seil. Ne? Dann würde ich ja, dementsprechend... ...das ja so hinbewegen. P... ...dump. ...dump. Streichhölzer und Bücher, wie gesagt. Kannst du damit hin, weil ich brauche ja nur, wenn ich draußen bin. Das ist die Kräuter auch schon mal weg. Was ist das? Lackpolling, okay. Hagebutte. 24 mal Hagebutte. Okay, dann kann ich da nämlich die... Das war genug. Habe ich da nicht schon Hagebutte drin gehabt? Gar... Hier waren... Achso, das war jetzt der getrocknete Gedöns. Hagebutte. 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 Das müsste jetzt eigentlich da sein, genau. Hagebutte, die vorbereitet wurden, um zu einem natürlichen Tee mit heilsam verkocht werden. Ich weiß nicht, wenn ich die Hypothermie habe, kann ich nicht töten. hast du auch hier genügend Wärme wie viel trinken habe ich denn noch? dreimal ok da habe ich zwei Dinger drauf du bist noch 6 Stunden 22 komm nein 1 4 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 So, dann möchte das auch dann passen, wenn die durch sind. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr zu trinken. Auffall ich jetzt vielleicht kein Wasser mehr habe. Was habe ich noch? So, ehm... Noch 10 Minuten. 4 Minuten ist ein Begabpunkt. So, da sitzt der hier. Damit kann ich mich dann, wie gesagt, heulen. Dann gibt mir noch ein Erzählen. Dann trinke ich dann. So, 0,02 Lampen wird gekriegt. Du bist dann... Genau, du bist da reingegangen wahrscheinlich. Hatte ich aber nicht noch 2 Lampenöl oder habe ich das schon... Das habe ich wahrscheinlich schon weggelegt. Dann brauchst du nur 39 Minuten. So, was bist du auch Lampenöl? Die kann ich aber nicht kombinieren. Dass ich sagen kann, äh... Kannst du nur ablegen. So, das muss ich jetzt was machen. So. So, jetzt noch Hello. So, ich hab's einen Wegener. So, das jetzt schon schauke. So, ich versuche sie aber nicht zusammen. So, jetzt, wenn ich so aus. So, ich versuche sie... So, ich versuche dich nicht zu Hause. So, jetzt sage ich und ich sehe die Brücke. So, das war ich. So, wenn ich noch sehr, ganz schönes Essen. So, ich habe es ein bisschen. Dann warte ich bis die hinter mir leer ist und dann nehme ich die kleinen Flaschen und dann pack sie da rein oder fülle die zwei kleinen Linger auf. Man sollte es ja eigentlich auch funktionieren. Dann sind die auch weg. Die können ja auch gleich kommen, das heißt ich bin dann eins, zwei, drei und den anderen Fisch gleich dann vier Kilo leicht, das heißt ich muss nachher bei etwas unter 20 Kilo landen. So, wie lange hast du noch? Vier Stunden. Also, hallo? Hallo? Ich bin jetzt da. Wieso nimmt er aus dem Kanister? Okay, es ist hier unsere schicke Nacht. Aber wie gesagt, ich hätte gerne... Ablegen, ablegen... 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 Brennstoff... Kann... Ein alter Metallkessel kann Brennstoff für Öldampen... Das ist ja keine Flasche Lampenöl, so... Wieso kann ich die zwei nicht einfach darüber schmeißen? Dann kann ich nämlich Platz sparen. ... ... ... ... ... nicht apropos kann ich dann kann ich nur nicht einmal die tasche reparieren ich habe keine Ahnung Ich hab doch Metallschrott. Und wieso sagt er, ich kann den nicht reparieren? Das ist aber ein echt einfaches Wirkzeug, hab ich noch nicht. So, hab ich noch irgendwas zum... Nee. Ah, das ist gut. So, äh... Und ich kann schon mal dabei gehen. Ach, du hast Schärfen... Okay, du hast Metallschrott. Gut. So, äh... Du hast Schärfen... Ja, du hast Schärfen... Wie ist Schärfen? Oh, du hast Schärfen, ich kann die Schärfen... Ach, ich hab doch mal mit Schärfen? Ich hab mal mit Schärfen. Oh, du hast Schärfen, ich hab doch... Ich hab meinen Schärfen. Aktionen auffüllen. Warte, dass ich hier auch noch die zwei Flaschen Lampenöl habe. Wenn nicht, dann ist es gut. Platzieren. 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 Untertitelung des ZDF, 2020